so herzlich willkommen zurück zu einer falschen kamera weitere folge von texas truck simulator colorado so wir machen da weiter aufgehört haben wir sind ja auch also wir müssen unsere ziele dieser volk erreichen ist ja bloß noch so 200 bis 300 meilen also katzensprung halt so meine rede let's go apropos go so so haben wir haben wir schon nennt werden schaden oh ja ach so na gut zwei prozent die reifen sein gelb zumindest naheliegend wenn sowohl der lkw als auch der auflieger zwei prozent haben da sind es in der regel über die reifen so hier war es okay ja auch 20 meilen sollte man locker in der folge schaffen und so status werde den auch noch gut aus kann fast voll hättest auch nicht mal zur hälfte gefüllt ja passt ja meines weges wow da ist mir das heck aber ausgebrochen gerade holy moly man fährt er langsam hier ist ja nicht so als wenn man hier nur 15 kmh darf was ich war erster hat man ganz genau gesehen vor allem ganz ehrlich wenn die hier wenn ihr meckern von hier 80.000 pfd fährt dann müsst ihr mal richtig hingucken ja wir haben hier vier zückmaschinen also wenn das nicht für 80.000 pfd reist dann weiß ich aber auch nicht so 75 wenn wir jetzt die eine wiegestation angefahren haben bis wir wieder alle anfahren das sieht so gut aus das sieht so gut aus das sieht alles so gut aus so ja wacke ist hier war klar ausgebremst haja schon witzig dass man in amerika auf der autobahn echt den verkehr reinlassen muss also ich weiß nicht ob es wirklich so ist aber wenn ich dem glauben schenke ich war viel zu schnell es ist ja so dass man tatsächlich auf der autobahn also auf dem freeway dass man da tatsächlich die autos reinlassen muss dass man seine geschwindigkeit den einbiegenden fahrzeugen anpassen muss so dass die sich wie ein reißverschluss ein ordnen können das ist schon krass das ist schon echt krass vor allem weil der freeway ja auch extra freeway heißt weil man hat also wir sind nur 65 reden und denken gleichzeitig schlecht weil der freeway heißt ja extra freeway weil er halt eigentlich frei von interaktion sein soll so dass man als fahrer nicht auf solche sachen achten muss wie rote ampeln und dass man stehen bleiben muss oder ne solche sachen und dann muss man aber auf einmal doch wieder auf andere verkehrsteilnehmer achten und einen reißverschluss bilden das ist halt irgendwie verstehe ich nicht so ganz ich würde wieder 80 fahren 65 ist so langsam wobei es halt immer noch 100 kmh werden also in europa zu fahren ist halt langsam so 55 ok das hier das ist so ehrlich das ist so eher das was man in europa fahren darf die da alle im sekundenschlaf einpennen europa ist so langsam ist so entschleunigend kein wunder dass die da alle im sekundenschlaf einpennen ja bei ats wenn du damit 100 mph über die autobahn rast ja dann pumpt sich ja das adrenalin quasi in deinem hirn ja siehst du sache kommen kommen aber einmal so ein ding angenommen sollen wir jetzt in jedes rein fahren nee ich kann es aber schon vergessen äh ja genau aber wie gesagt hier ich mach mal vor hier ne die ganze zeit so mit 50 mp8 fahren also das hier das wär so europa style da penst du doch ein ich meine gut so ein bisschen schon um die gegend zu bewundern keine frage die by the way besonders cool hier aussieht wow hätte ich ja echt nicht gedacht dass texas so grün ist ich hätte halt wirklich wirklich gedacht hier ist komplett hier je weiter man in texas reinkommt oder anders gesagt geografisch gesehen je weiter man richtung süden kommt desto grauer wird es aber es ist ja eigentlich so dass der also es gibt es halt irgendwo ein äquator ich weiß nicht wo der äquator lang geht aber du dürfte halt hier so in dem bereich irgendwo sein ne das heißt das ganze gebiet hier ist halt besonders warm und trocken und soll hier aber immer weiter richtung süden kommen kommen wir wieder in 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 wo findet man das feuchteres gebiet frischeres gebiet naturfreundlicheres gebiet keine ahnung ja auf jeden fall sieht man es halt als wird hier wieder grüner weil direkt da wo wir reingekommen sind in texas da war es ja fast nur steppe und auch wenn man so in den süden von von amerika betrachtet also jetzt vor allen dingen von von also halt den süden von nordamerika hat man da halt steppe während im norden von nordamerika keine steppe ist und im südamerika genau andersrum da ist es halt so dass im süden von südamerika alles grün ist und im norden von südamerika ist halt steppe das ist eigentlich eine relativ coole analogie ne naja nicht wirklich egal da merkt man halt wie groß halt amerika ist dieser kontinent der erschreckt sich halt wirklich äh vertikal gesehen fast über die gesamten globus und dementsprechend ist natürlich die mitte davon halt genau am äquator und dementsprechend das trockene gebiet das gibt es ja in nordamerika und südamerika weil das ja quasi durch den äquator getrennt ist äh und ja dementsprechend genau an der grenze ist auch am heißesten ist und am trockensten 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 ähm ja während es halt einen polen also ne im norden von nordamerika und im süden von südamerika also respektiv nordpol und südpol äh der natürlich wieder eher feuchteres gebiet ist jetzt sind wir hier natürlich noch nicht im süden von südamerika wir sind irgendwo in der mitte von südamerika wenn überhaupt aber es wird hier auf jeden fall schon wieder grüner hier gibt es sogar schon wieder palmen lol wobei ich jetzt auch gar nicht weiß wie es überhaupt so mit strand aussieht weil hier ist ja strandgebiet das heißt hier ist sowieso wieder ein bisschen feuchteres gebiet einfach aufgrund dessen dass hier halt die feuchte meeresluft ins landinnere geht während halt hier nix in der nähe ist ne hier hinten ist halt wasser und da ist halt wasser und hier ist halt nix mit wasser das heißt von daher ist natürlich hier unten auch die luft schon wesentlich feuchter und das macht natürlich auch noch einen großen einflussfaktor das ist ja auch der grund weswegen los angeles überhaupt so grün ist ja weil los angeles ist ja auch sehr nah am äquator äh und ist trotzdem halt grün einfach aufgrund dessen dass sie halt sehr nah am wasser sind weil wenn die in los angeles nicht dieses wasser hätten die hitze dort ist halt einfach erdrückend ja das heißt bei der hitze würde eigentlich nix wachsen aber du hast halt dort diese extrem feuchte luft deswegen ich persönlich auch in los angeles wahrscheinlich nicht überleben würde weil das ist halt so schwül du hast halt warme feuchte luft und nur deswegen kann da halt auch was wachsen oder so viel wachsen wie da halt wächst ach schöne brücke hier schöne glänk hier wow man merkt richtig die sind hier wieder am strandgebiet hier ist ja richtig grün alles nice und wir fahren ein bisschen zu schnell und wir fahren hier quer über alle spuren halt da was los hier ach so mein tempomat war die ganze zeit drin ne ich habe aber immer noch die ganze zeit die w-taste gedrückt weswegen ich den überschrieben habe und sehr respekt so mein hirn ist heute irgendwie so total nicht da oh hier links ist schon ein relativ schönes bild wo ich jetzt nicht weiß ob das so youtube-ready ist aber zum glück wird ihr es ja wenn überhaupt nur ganz klein in der kamera glück für mich ach nee ich muss doch gerade aus oh alter mein hören es ist so durch so noch vier mal interessant cool go straight on ich hab mir vor einer kurzen weile also anders gesagt ich hab mir vor einer ganzen ganzen weile mal so großes hat so eine mikro bilder pack gedownloadet mit fast 24.000 bildern drin also für 23.600 wobei es gerade runter gegangen ist ja und dieses dieses pack habe ich jetzt letztens mit meinem wallpaper ordner fusioniert also auch mit reinkopiert in den wallpaper ordner das heißt ich habe jetzt ganz ganz viele neue wallpaper deshalb untergründe da waren aber auch diverse natürlich bei 24.000 bildern völlig klar waren da auch diverse bilder mit dabei die jetzt nicht so jugendfrei waren um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken diese sogenannte not safe for work kategorie war da ganz stark vertreten und deswegen muss ich jetzt erstmal ganz schön sortieren und diverse bilder wie gesagt ich habe ja den bilder ordner nicht in meinen wallpaper ordner verschoben sondern kopiert damit ich dann nämlich aus der kopie heraus in dem wallpaper ordner die ganzen wie sagt man am günstigsten ja nennen wir es einfach die diesen ganzen explikiven inhalt rausfiltern konnte also löschen konnte aber ich weiß das jetzt natürlich nicht ob ich alles gefunden habe weil bei 24.000 bilder durchsortieren ist eine mürre im kopf von daher habe ich wahrscheinlich nicht alles erwischt aber aber auf jeden fall das schlimmste von daher sollte man hier im rahmen eines displays nichts sehen was nicht gut ist zu sehen auf youtube aber es gibt ja trotzdem viele neue sachen die halt auch ein bisschen schöner anzusehen sind um es mal so zu sagen schöne kindchen so was habe ich ja gern richtig industriegebiet hier gibt es nicht mal eine maximalgeschwindigkeit so industriegebiet ist das hier ihr könnt hier mit 380 mpl durchraben einfach ich bin sehr schnell in die kugel gegangen hörst du mal auf alles drauf haut es jetzt auf? ah ok das ist jetzt toll erst aufmachen wenn du schon mitten auf den schienen stehst sowas liebe ich ja wieder meine phrase vor allem was witzig ist guck mal der auflieger also die auflieger haben 3% schaden das sind natürlich die reifen aber die fracht selber hat 0% schaden aber ich dachte die auflieger also die lkw sind die fracht dääh dääh weil es sind doch die reifen von den lkw's wer will denn bitte schon lkw's kaufen wo die reifen schon zu 3% runter gefahren sind also das ist doch schaden an den lkw's und also dääh ist dääh wenn ich jetzt die lkw's komplett in die wand fahre habe ich jetzt 100% schaden bei dem auflieger oder auch 100% schaden bei der fracht naja naja ich meine ETS ATS das spiel die engine und wenn es ist dann natürlich immer gleich schaden der entsteht ist immer generell auflieger schaden und je nachdem was für ein schaden entstanden ist wird auch der fracht etwas zu berechnet aber es gibt es ja keine fracht ne es gibt es ja laut der physik engine laut der berechnung gibt es ja bloß den auflieger ne äh das heißt dieser die fracht ist nur ein wert den man hier jetzt sieht der gibt es aber natürlich in der 3d welt jetzt nicht gesondert als explizites äh als explizites modell oder sowas wenn ich verstehe was ich meine gut wir gucken wir mal ab ja ausgezeichnet mach ich doch ja ausgezeichnet mach ich doch oh krabber halbes level immer besser als gar nichts so dann müssen wir jetzt eigentlich hier bei schnellaufträge hier ein paar mehr haben ne ne neuer paar gucken wir mal was es von hier so gibt es von texas nach utah aber wie gesagt ich würde gerne ein bisschen in texas bleiben also suchen wir mal raus von texas nach texas 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 da von texas nach texas merken wir uns erstmal vor ich gucke aber nochmal ob es noch was anderes gibt hier so texas 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 hier ist nochmal was ähhh ja aber aus der gegen kamen wir jetzt grad schon komm mal weiter texas 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 ja das sieht schon ein bisschen besser aus 4 Tonnen bei 600 PS. So, let's go! Sieht man, spielt überhaupt nicht, ne? Naja, man kann es nicht mal erahnen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Anime heißt. Nekopada? Ich glaube ja. So, was haben wir eigentlich drauf? Wir haben einen kleinen Auflieger drauf. Okay, ist ja süß. Das ist sehr wendig, sehr schön. Oh, das zieht natürlich auch ganz schön an, klar. Sie sehen doch gerade mal 4 Tonnen. Woraus jetzt überhaupt? Links, rechts, rechts? Ach da, okay. Oh, dieses Blinkereich geht mir jetzt schon auf den Sack. Okay, wir fahren ohne Blinker. So, go straight on. Keep right, and then keep left. Keep left, and then exit left. Exit left. Keep left. Es ist halt so krass. In Shekar. Wie krass diese Textur auf diesem Lenkrad aussieht. Sieht schon geil aus. Das Spiel in 4K lohnt sich halt wirklich einfach. Das Spiel in 4K. 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 vertanken müssen wir eigentlich nicht unbedingt aber hey wer schon mal hier sind zahlen ja eh nicht wie wir von daher auch noch ein zug guckt euch diesen zugart er sieht so wunderschön aus ganz 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 ultrakurter zug ich habe mich mal geguckt wegen der mod diese längere züge implementiert da gibt es wohl auch ein paar die das wohl machen aber die wirkten alle nicht so viel versprechen so können wir es nicht überhaupt parken hier direkt daneben oder die wirkten alle nicht so viel versprechen von daher bin ich immer noch ein bisschen auf der suche nach einer schönen mod die wirklich einfach relativ vanilla die züge einfach verlängert ohne jetzt über viel daran zu ändern oder irgendwelche sachen vorauszusetzen oder das spiel zu verändern oder ich habe auch eine mod gefunden die das war relativ gut macht aber dann müsste ich bei jeder version wenn ich das spiel update müsste ich auch diese mod updaten und ja also ich habe da nichts gefunden was mich glücklich macht natürlich und ist immer noch nacht weißt du was noch mal fern gehen ich habe mal nicht richtig ne so richtig gut fangen wir ein bisschen im regen licht habe ich gesagt so was ich habe hier rückwärts rausgekommen Es war ein ganzes LKV. Cool. Los, fahrt, 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 warum fahrt ihr denn nicht? Oh, Leute. Wie, mal mit ihrem ganzen Aussehen. Wir haben Masse, die muss erstmal beschleunigt werden. Alter, Leute. Das Wort Masse habt ihr euch doch selbst erfunden. In meiner Welt gibt es nur zwei Sachen. Nitro und Flügel. So. Hätte ich das mal erklärt. Eigentlich wollte ich nicht gleich Pause machen, ne? Also Folgenpause. Beim Schlafen gehen. Gut. Aber was anderes? Ich nehme uns hier wunderschön provokant auf diese wunderschöne Brücke drauf. Am höchsten Punkt. Also ungefähr. Hier auf die graue Fläche. So. Voila. Wir machen einfach eine Pause. Hashtag läuft doch. Das war gerade wieder Katastrophe. Erst Parkplatz suchen und dann werden wir gefunden. Naja. 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 Wir wollen nicht länger drüber. Katastrophe bleibt Katastrophe. Von daher. Bis dann.